Musik Hallo liebe Freunde, kurze Rückmeldung aus Vegas hier mit denen Hansel da vorne. Ja, die sind auch hier am Start und wir spazieren hier gerade bei 8 Milliarden Grad durch die Sonne. Es ist so warm, ich glaube, so warm habe ich Vegas noch nie erlebt. Vielleicht sind es sogar 9 Milliarden Grad. Naja, und ihr fragt euch sicherlich, hey, Super-Homis-Video, wird es da was geben? Bestimmt, aber erst später. Dauert noch ein bisschen auf jeden Fall. Da werde ich noch dran arbeiten, nennen wir das ja. Arbeiten. Wir waren auf jeden Fall richtig cool im Party schon. Da werdet ihr einiges zu sehen bekommen. Skrillex am Start, richtig fett auf die Kacke gauen, oder Robby? YOLO, Alter. YOLO, Alter, das war richtig geil. Ja, und hier so eine kleine Rückmeldung mal für zwischendurch. Der will mir jetzt irgendwas andrehen. Ice-Cow-Arrend-Aus? Ne, danke dir, will ich nicht haben. Ah ja, so ist es im Leben, ne? So, und hier sind wir am Bellagio übrigens, kennt ihr vielleicht. Hier am Bellagio, den Springbrunnen kennt ihr ja wahrscheinlich aus den Super-Homis-Videos, die wir hier schon in Vegas abgedreht haben. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Und es wird natürlich, wie gesagt, noch ein Vegas-Video geben. Das folgt dann aber wahrscheinlich kombiniert mit meinem zweiten Trip nach Vegas. Das bedeutet, wir werden hier nochmal hinfahren in wenigen Wochen. Und ja, dann kombiniere ich diesen Trip und mache so ein mega krasses Party-Video. Ne, was hältst du davon? Das ist gut. Das ist gut. Dann kann ich nämlich auch, wenn ich Party machen will. Ja, genau, die Kelly kann dann auch mitmachen. Das wird lustig. Naja, ich verabschiede mich. Viel Spaß mit den anderen Videos, die wir ja noch so auf den Channels haben. Ja, und wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dahin.